ja und damit herzlich willkommen wieder vom kanal heute mal mit einem neuen gameplay video und zwar overwatch und ihr leute wisst gar nicht wie lange ich mal gespielt habe das ist so unglaublich und ja das ist jetzt einfach eine 3 versus 3 runde ich bin einfach in die runde gejoint weil anscheinend andere spiele ja das game verlassen hat deshalb wurde ich ersetzt und wahrscheinlich so spiel also das ist wieder das erste mal nach langer zeit und ich sage euch jetzt so hart abkann das war gar nicht mehr so schlecht eigentlich habe ich schon mal spielen wir doch mal junk red ballen wir mal hier ein paar bomben drüber ja die haben auch einen junk red ok da ist einer machen wir das ich balle erst mal eine hin das sein zack was war denn denn ich muss die sound sein dass wir hier stehen ich habe sie so leise gerade wusch das ist doch nicht schlecht ich brauche heil ich brauche ich brauche ich brauche hier haben wir keine healer wasser sehen ach so ja nice ich will auch eine eliminierung Schaut schon mal gut aus, Osorimir, das ist die Gewinne, easy to, easy, ja anscheinend sind sie nicht dort, aber doch, die sind dort, Gegner eliminiert, wo, nein, cool, ich hab noch ein Glück, nice, okay, das schaffen wir, ja, nice, wir haben eine geile Runde, auch ein geiles Team, oh, ich bin level 29, geil, ich kriege eine Lootbox, so, da wir eine Lootbox haben, würde ich mal sagen, machen wir, sagen wir mal die Lootbox auf und dann gehen wir in das nächste 3-3 Match, was kriegen wir, oh, 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 okay, das ist geil, ich weiß nicht, hab ich den schon, ich glaub nicht, nein, nice, okay, das ist geil, so, das sind wir jetzt auch schon, was spielen, wen spielen wir denn, weiß nicht, den Reaper, den Reaper, oh Gott, oh Gott, Hilfe, Hilfe, ach du Scheiße, ich bin nicht der, ich bin der letzte, oh mein Gott, okay, moril, gell, moril, fuck, gibt's hier, ah, stimmt, gibt's keinen Lied, wow, das war echt scheiße gerade, okay, ich würde echt gerne wieder Junker spielen, aber ich glaube, ich nehme jetzt mal McCree, danach nehme ich, glaube ich, Genji, denn der ist auch ganz cool, die ballert da gleich, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, natürlich mich immer als erstes, du heilige Kacke, Leute, ich muss Junker spielen jetzt, weiß nicht, ich muss, ich muss, so, mal schauen, ob ich hier alle abrissigen kann, die werden wahrscheinlich eh wieder dahin gehen, ja, die wollten mich wieder stunnen, dann bin ich mir sicher, okay, Gegner eliminiert, Alter, ich bin sehr, ich bin mit Junker da auf, Scheiße, Japaner gegen Japaner, wer wird gewinnen? Oh, der Japaner gewinnt, nein, doch, oh, ich spiele jetzt Reinhardt, Reinhardt, da ist er, das bleibt doch hinter dem Schild, oh, falsche Taste, Nice, ja, der Schutzschild bringt schon etwas, ja, spielen wir doch mal Reinhardt, Gumm, geben wir das jetzt an, wir werden da schärfen, okay, da hab ich dorthin, Ha, na, gut, komm, spring runter, bitte, ich will dich zerquetschen, Ha, geil-O-Maticum, krass, wir haben gewonnen, heftig, ja, okay, dann würde ich mir sagen, ich hoffe, euch hat das Overwatch-Video gefallen, wenn ja, lässt eine positive Bewertung da, wie immer, ich wünsche, dass ich das nächste Mal wieder Outlast auf meinem Kanal bringe, oder vielleicht wieder ein GTA-Video oder CSGO oder The Force und ich weiß nicht, irgendetwas, worauf ich dann halt eben Bock habe, derzeit wäre es halt eben Overwatch und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, ciao! Ciao! Ciao!